Kennst du die Geschichte von dem Zahnarzt, der auf einem Teppich fliegen konnte? Dentaladin? Soll ich euch mal sagen, wer die schlechteste Jägerin aller Zeiten ist? Astrid. Weil die immer auf den Ast tritt. Jetzt mach dich mal sauber, deine ganzen Zähne sind noch voller Blut. Du hast quasi Bluetooth. Das hältst du von der Sendung, in der unsere MitarbeiterInnen einfach schön gemacht werden. So geschminkt und gefrisiert und so. Okay, und die heißt dann? Schöner Boden. Was soll Klaus können? Das muss Punkte haben. Ja, Klauen. Dann kannst du einfach sagen Klaus. In Klostern herrscht ja auch oft Schweigegelübde, ne? Ja, in einigen, ja. Das nennt man ja auch nonverbal. Es tut mir sehr leid, das muss Donny Cook gewesen sein. Dieser widerwärtige Herumtreiber aus dem Nachbarort. Deswegen schaut er immer, weil er Cook heißt. Zum Beispiel einen Fasan lege und dann werden die irgendwie geschickt. Muss ich da noch Fasankosten dazu rechnen?